Aua Essen kannst du einen kleinen Viecher hier loswerden Ich glaube nach diesem Level hasse ich Spinnen noch mehr Jetzt habe ich sie, endlich Zweite Spinnen ist auch dahin Hat auch kurz so ein bisschen auf die Antwort von einem Kumpel Da könnte ich vielleicht gleich noch ein bisschen streamen Ich hatte sowieso vorhin nicht zu streamen Ich würde es nur eine halbe Stunde aufnehmen Die ist jetzt gleich um Andererseits Da ist gerade zu viel Spaß Bin so gespannt wie es weiter geht Artefaktmeister Der Talisman repräsentiert die Elite-Klasse der Artefakte der Legion Nur sechs dieser Symbole wurden dem Fürsten der Höhenlegion gewährt Bringen sie den Talisman zu Willkrim, damit er sie entlobt Ah, hier muss ich aber wieder runter Ah, hier muss ich aber wieder runter Ganz viele kleine Spinnen Ich hatte das Gefühl, das geht so wirklich schneller Weil ich halt wirklich schnell mal kurz hoch dreht Oder die kleine Animation Und ich kriege dafür halt Lebenspunkte Sonst kriege ich die ja nicht Das ist ja auch noch Das sind Sachen, woran man denken muss Oh Ich bin juckt das nicht Gehe ich jetzt einfach weiter Ich bin juckt das nicht 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 Ich mach das mal anders. Gut, sagen wir denn die kleine Form hier. Dass ich über sowas keine Angst habe, wundert mich echt. Das ist sowas einfach so, oh gut, dann ist es ja jetzt vielleicht Krieg, ne? Obkaloptische Reiter, ein riesige Monsterform. Ich würde schon alles seine Richtigkeit haben. Und da akzeptieren die das einfach, ist ja nie irgendwas gewesen. Ja, ich wäre erst mal schreiend gerannt. Achso, genau. Das war schon richtig von mir. Ich hab noch im Kopf, ja, wenn ich da jetzt wieder hochgehe, muss ich das und das machen und dann das und das machen. Und die letzte Spelle noch. Die letzte Spinne war so hier drinnen. Ach, genau, da oben ist sie. Tschüss. Es sensuell das hier drinnen. give on, ey, ich weiß nicht. Ich. purchasing. Ich. 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 Ich sehe es und ich habe Angst davor, was da gerade drin ist. Das ist wahrscheinlich Mama Spinde da drin. Wenn ich da jetzt reingehe, komme ich doch bestimmt nicht wieder raus, bis ich sie hier besiegt habe. Bitte geh weg, bitte. Bitte. Knappkappe. Okay, das hat wirklich irgendwas hier mit zu tun. Knappkappe. Okay, das ist mir Das war's für heute. Ich bin noch nicht sicher, aber das kennen wir ja mittlerweile. Ich weiß nicht, ich muss sie so füttern. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Das ist doch alles Eis hier. Ich bin auch echt ein bisschen doof, dass mir das nicht eingefallen ist. Na komm, ich charge jetzt einmal. Ich glaube, ich kann damit gar nicht. Oh. Die gesamte Zeit sind still, weil ich einfach so bordert gewesen bin. Wie komm ich da jetzt ran und mach Schaden und... Aber das ergibt jetzt alles Sinn. Heute haben wir das 10 Uhr. Oh nein. Das blutendet jetzt schon wieder. Ich habe mich jetzt hier vorne hoch und werde jetzt die Aufnahme beenden. Weißt du was? Wir haben das 10 Uhr 9. Nee, was ist was? Ich habe... Scheiß drauf. Scheiß auf den Stream. Ich habe gerade richtig Bock. ist du denn jetzt du bist nicht stark das finde ich schon mal sehr schön ich habe nicht gesagt dass ich deswegen mehr gegner haben möchte zu diesem stück noch die nummer switch weil ich wusste dass ich den abhängen kann auch ja man kann schon mit der dänsel sehen Und jetzt weiter. Wir können ein kleines Spiel spielen. Oh, wow. Ich dachte, ich kann in meiner... Ich glaube, das ist mir schon mal passiert. Warte. Ich lenke mich schon mal da rüber. Oh, mein Gott, das ist ein Co-Pine für den Weg. Ich weiß bis heute nicht, ob ich solche Level mag. Ich habe ein Spiel gespielt damit, also mit sowas. Und das Spiel fand ich echt schön. Das muss ich auch mal let's playen oder streamen oder so. Das ist so ein schönes kleines Spiel. Habe ich halt auch an einem Tag durchgespielt. Das war echt... Das war einfach süß. Gut. Nicht gut. Gut. Nicht gut. Das war einfach. So, du bist weg und du bist weg, muss ich nur auf dich wollen, aua, aua. Das sind doch gepeilene Engel, oder sind das schon rote Engel vielleicht? Haha, ich hab das hier schon wieder. Du brauchst keine Flügel, Flügel werden überhaupt geöffnet. Nächster. Nächster. Nächster.